Läutnen bei Florian Silbereisen Sarah Hentschel bald die Hochzeitsglocken, jetzt könnte sein großer Wunsch endlich wahr werden. Strahlender Sonnenschein, sanfter Wind in den Pinienwipfeln und türkisblaues Meer eine Hochzeit auf Mallorca klingt einfach traumhaft, oder? Doch diesmal könnte dieser romantische Traum Wirklichkeit werden. Florian Silbereisen schwebt mit seiner neuen Freundin Sarah Hentschel auf Wolke 7. Eine Blitzhochzeit auf Mallorca würde ihr Glück perfekt machen, jetzt oder nie. Flori, heiraten Florian Silbereisen und Sarah Hentschel auf Mallorca? Der Zeitpunkt könnte nicht perfekter sein. Im Juli hat Flori noch zwei TV-Shows, und kurz darauf könnte er mit all seinen Liebsten in den Flieger steigen und zur Baleareninsel fliegen. Mallorca ist schön, gutes Essen, Schwimmen, Zeit füreinander, schwärmt der Showmaster. Seit vielen Jahren genießt er dort die Sonnenseite des Lebens. Warum also nicht heimlich hier den Bund fürs Leben schließen? Schließlich ist Flori jetzt 41 Jahre alt und feiert am 4. August seinen 42. Geburtstag. Nachdem seine Liebe zu Helene Fischer nach zehn Jahren zerbrach, und somit auch all seine Zukunftspläne, wäre es doch schön, wenn diesmal alles schneller gehen würde. Schließlich scheint Florian bereit für eine eigene Familie. Ich bin optimistisch, dass ich am Ende nicht allein übrig bleib', verriet er einst. Und als Familienmensch weiß er ganz genau, eigene Kinder sind das größte Glück. Doch eines ist ihm wichtig, wenn ich mal heirate, dann kriegt es sicher keiner mit. Mit Sarah ist endlich die Frau in sein Leben getreten, mit der all seine Träume in Erfüllung gehen könnten. Die beiden verbindet viel, Motorrad fahren, Bergwandern und sie lieben Tattoos. Genau das, was Flori braucht. Der Traumhochzeit auf Mallorca steht also nichts mehr Weg.